Und damit herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht's Marlow the Mutant an den Kragen. Diesmal auch live und nicht schon mal vorher kurz angespielt oder eigentlich durchgespielt, besser gesagt. Diesmal ist wieder Platz auf der Festplatte. So, er ist im Wolkenkratzer. Das heißt, wir können bestimmt wieder an vielen Sachen runterfallen. Mord, Wahlfälschung, Bestechung, Verschwörung. Marlow ist nicht nur ein meisterhafter Schütze mit dem Revolver. Sein Charme und Reichtum ermöglichen es ihm auch problemlos, Polizei und Politik, um die Finger zu wickeln. Na super, es wird immer korrupter hier. Da müssen wir auf jeden Fall was dagegen tun. Und ja, wie ich mir dachte, können wir wieder an tausenden Sachen runterfallen. Ach scheiße, die Dinger gibt's auch noch. Ich hab gehofft, die bleiben in der letzten, in der letzten Folge, im letzten Level. Aber nein, falsch gedacht. Oh nein, der hat einen Granatwerfer. Da müsste man am besten hoch. Kriege ich den gekickt, obwohl der so dick ist? Ja, klappt's. Der ist runtergefallen, sehr gut. Ah, geh doch weg. Nein, weil der wieder so dumm nach vorne gerutscht ist. Ey, wirklich, das verstehe ich nicht. Warum der das immer macht? Ah shit, wir haben noch ein Leben. Was ist denn hier los? Das Level hat gerade erst angefangen. Oh man, kann wieder eine ziemlich lange Folge werden. Der hat ein Leben getroppt. Das hätte ich gerne. Ah, keines Amorais. Gib mir bitte erstmal das Leben. Danke. Den haben wir. Hier oben ist noch einer. Wo geht's denn jetzt weiter? Oben oder unten? Mal gucken mal, vielleicht haben wir hier ein Liebesgut. Jawohl, da haben wir eins. Ach. Ich hab gedrückt gehalten, die Taste, weil ich dachte, jetzt geht da Dauerfeuer los. Aber das war ja die Auflad-Blasterknarre. So, erster Checkpoint kam relativ schnell. Da hab ich natürlich nichts dagegen. Was denn jetzt? Oh nein. Na klar, für den Fofi bringst du Leute um. Was ist mit der Welt passiert? Scheiße, jetzt müssen wir hier wieder wahrscheinlich übers schnell wegrennen. Äh. Nein. Okay, das war's aber schon mit dem Helikopter. Ah, nein, das war's noch nicht. Achso, weil wir im Gebäude sind, alles klar. Da lässt er uns erstmal in Ruhe. So, gute Freunde da oben. Oh ja, der Granatwerfer wäre doch was Gutes für euch. Bam. Ah, nein, der lebt noch. So, sehr gut. Vier Granaten, die nehmen wir natürlich gerne mit. Medizin sind wir voll. Granatwerfer würde ich nicht tauschen gegen das 40er Ding da oben. So, Helikopter ist wieder da. Haben wir hinter diesen Dingern... Nein. Gib mir den Granatwerfer. So. Haben wir hinter diesen Dingern hier Deckung. Es scheint so. Gehen die kaputt? Ja, die gehen kaputt. Shit. Ah, fuck, was soll ich denn machen? Versteck dich. Los, schneller. Samurai, hau ab. Verstecken. Haben wir. Nein, nein. Hör auf. Ah, das Ding ist gleich kaputt. Schnell. Nein, nicht noch so ein Roboter. Scheiße. Ah, Medizin. Jawohl, wir sind wieder voll. Und Checkpoint. Wahnsinn. Das Spiel treibt meinen Puls in die Höhe. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Aber ich hoffe, wir haben jetzt nicht irgendwo ein Diebesgut übersehen. Ach, scheiße. Der trifft uns ja auch hier. Ah, fuck. Ich dachte, der lässt uns mal kurz in Frieden. Tür auf, Tür auf. Durch, durch. Sehr gut. So, erstmal kurz durchatmen. Das ist zu viel des Guten. Jetzt gucken wir mal, ob hier was rumliegt. Das war Medizin, ne? Ich hab's jetzt gar nicht so schnell sehen können. Blaster nehmen wir mit. Molotow Cocktails lasse ich hier. Da finde ich die Granaten um einiges schöner. Oh nein, nein, nein. Junge, macht doch nicht sowas mit mir. Na, ich warte, bis der runterkommt. Dann wird er runtergetreten. This is going to hurt. Ah, so lässt uns der Heli jetzt erstmal in Ruhe, oder was? Bin mir dessen noch nicht so ganz sicher. Äh, Granate verschwenden oder schießen? Was machen wir? Ah, ich hätte ihn aufladen können vorher. Das hab ich schon wieder vergessen. Dann machen wir es so. Uh, ne 90er. Eine gute All Painless. Die nehmen wir natürlich mit. Samurai, dich krieg ich nahe. Gib mir das. Wollten wir Waffe wechseln und nicht aufnehmen. Den krieg ich auch hier mit. Ich fäffere jetzt einfach die ganze Zeit nach vorne in der Hoffnung. Da sind Gegner. So, bitte nicht runterfallen. Und wupp. Haben wir. Ey, warum läuft der? Der läuft von alleine weiter. Oh, hier sind wir schon beim Endboss. Aber ich glaube, ein Diebesgut ist zu wenig, ne? Ah ja, was soll's. Natürlich, er hat vier Arme. Was für ein netter Spruch. Komm runter. Bam. Ah gut, er ist ja auch ein Mutant. Natürlich hat er vier Arme. Hab ich schon wieder vergessen. Marlo. Du wurdest in der Schule bestimmt immer gemobbt. Wenn du über... Ah, was ist denn das? Oh, nee. Wenn du überhaupt in der Schule warst. Blaster aufladen und bam, bam, bam. Jawohl. Nochmal. Komm wieder runter. Bam. Ah nein, zu früh. Jetzt macht er wieder diesen Move. Nicht treffen, nicht treffen, nicht treffen. Okay, hier sind wir relativ safe. Nein, die Waffe ist leer. Oh, er muss nachladen. Ach nein, muss er nicht. Wieder dieser Move. Aber er hat schon gut gehittet. Können da eigentlich auch mal die Granaten einsetzen. Nein, jetzt hat er getreten. Macht doch nicht sowas. Ey, was machst du? Bleib hier. Ah, wir hatten ihn doch fast. Na klar, und jetzt wieder volle Rüstung. Und nun? Muss ich hier weiter? Ne, uah. Ey. Oh, das war mal lieb. Dankeschön. Das Spiel kann ja auch mal nett sein. Klappt das mit den Granaten? Ja, die treffen. Nein, die treffen nicht. Ach verdammt, warum haben die denn jetzt nicht getroffen? Nein, ich wollte den Koffer noch gar nicht einsammeln. Ah, verdammt. Ah, nee, ich muss erst mal kurz mit den Granaten zurechtkommen. So, okay. Ey, was war das? Oh, hier liegen Minen. Wann sind die denn aufgetaucht? Die müssen wir auf jeden Fall erst mal zerstören. Nein. Ach. Da sind wir tot. Na gut, Versuch Nummer zwei. Was soll's? Bin mir gerade echt nicht sicher, wo die Minen herkamen. Hat er die in so einer Kiste geworfen, oder was? Aber warum sind die dann komplett verteilt über den Bildschirm? Also über das Level. Ihr wisst, was ich meine. Ah, die Waffe ist eigentlich ein bisschen zu langsam für ihn. Gut, also wir heben uns die Granaten trotzdem auf für den Helikopter. Ich denke, das war schon ganz gut, so wie wir es gemacht haben. So, den Move kann er gerne machen. Ah, verdammt, die war leer. So, aufladen und Schuss. Und nochmal. Und aufladen und Schuss. Nein, jetzt macht er wieder den Move. Okay, bis jetzt läuft's ganz gut. Also Charme hat er. Los. Nicht wieder ein Helikopter. Ach, verdammt, ich dachte, der läuft schon zum Heli. Nein, wir können ihn nicht weiterhitten. Das ist schon so gemacht. Ich hatte im Mittel die Hoffnung, dass wir ihn vielleicht schon vor dem Helikopter erwischen können. So, jetzt wirft er uns hier nochmal das Köfferchen zu. Ey, wir müssen den anscheinend genau treffen, ne? Okay, also ein Stück weiter vorne und warten, bis er da ist. Ja, das hat auf jeden Fall gut Schaden gehittet. Schießt der wieder? Ja, nein. Direkt auf den Koffer gesprungen. Ich wollte ihn mir aufheben. Ach, hier kommen die Minen, weil das an den Rotorblättern kaputt gegangen ist. Nein, ich wollte doch springen und ich habe auf Schießen gedrückt. Oh, danke dafür. Jetzt haben wir natürlich schon zwei so eine Koffer verbraucht, obwohl wir, ach nein, obwohl wir wahrscheinlich keinen gebraucht hätten, wenn wir uns einfach mal ein bisschen besser angestellt hätten. Also ich, nicht ihr. Beleidige euch immer mit. Was war denn das? Oh, keine Hundis. Noch ein Koffer. Ne, den hebe ich mir diesmal aber auf. So, jetzt kann ich erstmal nichts machen, außer ausweichen. Jetzt können wir wieder. Ey, fuck, jetzt brauchen wir den Koffer. Ich dachte, das reicht. Nein. Ist auch ein bisschen unfair, dass die Polizei hier gegen uns kämpft. Im ersten Level, ich erinnere mich noch gut, haben wir für die Polizei gearbeitet. So, aber es sieht doch schon mal ganz gut aus. Mal gucken, was dann passiert, wenn er aus dem Heli wiederkommt. Ach, scheiße. Fuck. Und der Hund auch noch. Nein. Ach Mensch, es war so gut. Es lief so gut. Vielleicht heben wir uns auch die aufführen, für den Heli. Nehmen wir uns erstmal den Blaster, weil der macht eigentlich einen ganz guten Eindruck. Da können wir immer schön vorher aufladen. Wir könnten den bestimmt noch gut erwischen, währenddessen, der das macht. Also mit dem Hochgeballer, aber das ist mir... Das ist mir nix. Wenn wir jetzt hier runtergehen, trifft er uns da hier. Okay, so könnte man es machen, okay. Aber der Anfangstyp hier ist ja erstmal noch nicht das Problem. Erst wenn der Helikopter kommt, wird es dann irgendwann ein bisschen ekelhaft. Jo, so geht es doch ganz gut. So, jetzt schnappen wir uns gleich das Ding hier. Warten, bis der da ist und dann gibt es hier schön Dauerfeuer drauf. Ah, ich hätte noch ein Stück länger gekonnt. So, jetzt kriegen wir erstmal unsere Medizin. Dafür bin ich ihm sehr dankbar. Oh shit, das war es schon. So, dann kriegst du jetzt eine Granate. Wir müssen wieder warten, bis er da ist. Jetzt, Attacke, komm. Ja, haben wir getroffen. Vielleicht nicht ideal, aber auf jeden Fall nicht schlecht. So, wir sind voll mit Leben. Das heißt, wir können auch nicht aus Versehen den Koffer aufnehmen. Das wäre ganz gut, wenn das so bleibt. Die AK hätte ich gerne. Ach shit, jetzt kommen die Minen wieder. Mach die erstmal weg. Das wird mir sonst zu viel... Ah, das war eine Sekunde zu spät. Nein, nicht Koffer einsammeln. Ich wollte sagen, das wird mir sonst zu viel im Kampf geschehen. Ah, drei Leben noch. Immer noch kein Koffer. Ich kick mal hier runter. Immer die armen Hunde, die können nichts dafür. Nein. Ah ja, jetzt musste ich den Koffer einsammeln. Das ging leider nicht anders. Ich hatte keine andere Möglichkeit auszuweichen. So, diesmal werden wir aber kriegen. Wir haben volle Leben. Ach, hau doch ab mit deinen Hunden. Jawohl, wir haben ihn. Jetzt kommt er wieder raus. Ist er schon tot, oder? Er ist tot. Jawohl, ich dachte, er kommt jetzt nochmal mit seinem bisschen Leben, was er hatte. Ja, zwei Tote und zwölf Minuten. Das ging doch relativ gut. Ein Liebesgut war nicht so gut. Und damit hat es sich jetzt ausgegutet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.